Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Seven Days to Die. So, wir wollen was trinken. Wir könnten da ein paar mitnehmen. Wir könnten mal umschauen, wie es da geht. Warte mal. Da sind sie. Ich mag quasi einen Dachgarten. So, du bist fertig. Hier ist ein Dachgarten. Ich bin ein Dachgarten. Gut. machen wir das mal da her ok ok dann schauen wir mal supermais supermais schauen wir dann gleich mal wie viele samen rauskommen dann schauen wir mal wieder auf So, da... Mal können wir zusammen... So, die haben wir... Mal rüber... so was haben wir also wir haben einen supermarsamen zwei hauptensamen das ist mir ehrlich gesagt falsch die karte zusammen noch mal von denen das reich Jucca-Summon Tumble-Summon Okay, gehen wir mal hoch Schauen wir mal Also, fangen wir damit an Dann nehmen wir die hier Dann nehmen wir Supermars Dürbis Dann nehmen wir das hier Also nehmen wir die hier Dann nehmen wir die Jucca Tumble Dürbis Dürbis Und hopp Und hopp Jetzt sieht mir mal ein bisschen was sogar aus Gut The Auf Dann nehmen wir das Ja, das ist gut so. Bräuchte ein bisschen Holz. Ähm, so, ich bräuchte Munition. Ich brauche Munition. Ne, ist alles falsch. Das ist der Richtige. Schaut so aus mit meiner Rüstung. Die ist noch okay. Haben wir noch Spikes? Nein. Dafür ist es jetzt aber ein bisschen spät. So. Schießpulverbräuch. Gut. 19 Uhr. Wir haben immer noch Zeit. Können wir uns mal ein bisschen Benzin mit? Präparaturhammer. Ich habe noch keine Klingelnwaffe. Ich hätte einen Schrubb hinten geschützt können. Ich habe noch keine Klingeln. Ich habe noch keine Klingeln. Und dann hinten kommt meiner Klingel die Klingel. Das wäre jetzt die Frage. Was braucht denn das? Nein, nicht. Gehst du mal? Hasta. 15 Watt, ja, das geht sich aus. Warte mal. Eins, zwei, drei. So, ob Zombies, okay. Ja, es würden sich nochmal 15 ausgehen. Da ist aber seine Pause. Kann man noch eins hinstellen? Ja. 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 Dann machen wir das mal so. Ähm, das Teil lassen wir da. So, beladen wir jetzt mit der hier. Warte mal. Wir haben ja nicht noch irgendeine Mod, die durch Magazin verbrüß. Ich will da rein. Äh. Ja. 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 Es wird hererson. Ich kann ein Gepäcknett mit. Oh, sind die gut. Ah, da. Ja. Ja, und gut was. Gut. Ja, gut. Dann losgehen. Was für eine Game State Hammer? 121. 21. 24. dann es dauert noch 20 minuten was sinnlos aber du könntest mir ja nicht im inventar wir haben hier schön das eck da unten im gesicht haben halt leider wenig mollis ein paar ruhrpumpen haben wir schauen wir mal ob das reicht da Oh. Wieso gehen die da unten nicht? Oh. 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 Hey, that's out. Bust! Bustят! Bang, 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 bang... Das war's für heute. Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah. Nicht schon wieder weh. Fuck yeah. 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 Das ist doch eine Stromüberlastung, wenn jetzt plötzlich da unten alles geht. Fuck yeah. Okay. Fuck yeah. 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 Yeah. Fuck yeah. Boah, ich lege da unten. Ich lege da, ich lege da. Das war's für heute. Was ist das für ein paar Schmerz? Was ist das für ein paar Schmerz? Was ist das für ein paar Schmerz? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da haben wir noch 20 Fontänen. Da hat sich ein Kopf zerlegt. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. die könnten wir eigentlich zum Händen tun. Was auch. Melzen. So, warte mal. Das war's schon? Oh Gott. Da haben wir noch eine Tablette, da haben wir noch Munition, da haben wir auch noch Munition. Also ja, mein Schrottvorrat hat jetzt gelitten, weil ich den Schrottgeschütz drum hatte, aber dafür haben die Schrottwürger schön, wenn wir die Trommel heute wegnehmen, also kann man nicht sagen. So, den haben wir. Okay. Mhm. Der ist erwachsen. Und der hier braucht dringend Befüllung. Aber nicht mehr weiter. Heute würde ich sagen, ich sage euch mal tschüss, tschau und tschau. Mhm. Ja.